Hätte man hier nicht gleich Schwarz einstellen können? Äh, nein. Nee, gibt bei dem nicht, ne? Nein. Also, es gibt Mähwerke, die das können, ja. Ja, die gibt es nicht. Das nicht. Und die Mähwerke, die das können, da sprechen wir gleich von Kosten so von 80 bis 90 Euro. Ja, wegen Kosten. Ja, hätte sein können, die können das. Ja, solang es bloß Riesensinn ist doch alles gut. Wenn es kein Geld ist, ist doch alles bestens. Wenn es nur Werders echte Riesensinn hier. Das ist wie ein blödes Gelapp, hä? Ein blödes Gelapp. Ja, so wie sie immer von hier. Ja, ich muss mich dir hier anpassen. Mit Nathalie kannst du ja wenigstens noch was Sinnvolles anfangen, aber... Ein Lob aus deinem Munde. Ach, bei Mike, bei Mike ist ja meistens Hopfen und Malz verloren. Ist ja Hopfen und Mike verloren. Nee, alles gut. Na, mach mal schön das Silo. Das kannst du wirklich, muss ich zugeben. Da bin ich wieder nicht so der, der Fachmann drin. Im Silo breit fahren und fest fahren. Ah, das ist nicht mein Ding. Das kann ich nicht gut. So, Leute, wenn ich das hier geerntet habe, dann haben wir richtig zu tun. Wisst ihr warum? Bille fahren. Hä? Bille fahren. Ja, dann heißt es Felder vorbereiten. Mhm. So, das ist jetzt vor, Boden fahren. Bis Oktober. Ja. Jetzt kommen wir schon hin. So, jetzt habe ich gleich hin davon, ob die anfangen. Ja. Ja. Ich bin ja kein Champion, oder? Ja, aber da müssen wir einmal auf den Tür gucken.